Herzlich Willkommen auf den Kanal Stunnergaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr hier sehen könnt E-Startup Tycoon 2 Ich würde hier mal auch sagen wir machen hier direkt mal auf Play und einmal schnelle Geschwindigkeit So Wo sind die anderen Team Leute Ach ihr seid im Urlaub Manometer Der muss ja auch gleich im Urlaub wenn die wieder da sind demnächst Könnte sein dass er sogar krank macht Von Aktion ist ihr Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken um mögliche Probleme zu vermeiden Ja Hat eine Gehölzerhöhung von 7% Ja kaum an Die muss jetzt also der hier muss jetzt leider Jetzt hat er auf einmal gute Laune oder was weil er eine Gehaltserhöhung hat So wir haben jetzt immer noch 6000 also wir machen gerade sehr gut Plus das ist schon mal gut Dann können wir jetzt mal bei ihm hier gucken ob es hier irgendein neues Produkt was Abfrage von Samu äh Samu liest über eine Studie die nahe liegt dass das Wechsel zwischen linker und rechter Hand bei bestimmten Aufgaben der Gehirn Funktion und manuelle Geschicklichkeit verbessern kann Das Wechsel in der Hand führt zu Ungeschicklichkeit und reduziert Ey Egal Ich könnte man denen auch zum Training schicken aber ich hab da halt nur erstmal 2500 ne Ich muss mal kurz gucken was ich jetzt hier schon mal alles habe Oder So Oh wir haben Also wir sind bald sogar ein kleines Unternehmen kann man sagen Sagen wir hier irgendwas nö Leistungen Nee Jo tausender Woche alter Let's go Sie haben heute das Maximum Jetzt haben wir schon wieder alles verkauft was man verkaufen kann aber ich will eigentlich Irgendwas gucken hier Konzept Ah hier war das So also wir haben jetzt vom Hier vom Ebook Craft müssen wir sogar noch ein machen Weil das ist gerade im Trend Das wäre gut wenn wir davon Sagen wir mal ein zweites machen So Warte mal ich kann ja mal gucken Also wir haben ja jetzt 6200 Ein neuer Markt Trend ist diese war besonders trendy Was ist denn jetzt hier im Trend Mikrofon Okay da müssen wir direkt mit gehen Okay wir müssen sowieso ein neues Mikrofon mal rausbringen weil das was wir jetzt haben Ist halt einfach Schmutz So wir gehen mal zur Richtung Mikrofon hier Rücknahme Mikrofon 2 nenne ich den einfach jetzt So Warte mal wir machen hier mal so So zack Wir möchten dass es ergonomisch ist aber auch hier so ein bisschen Also ergonomisch ist tatsächlich ein bisschen höher sag ich mal Okay ästhetik ist zu hoch Ergonomisch zu hoch Technologie ist zu niedrig Bei den anderen Okay Also ästhetik ergonomisch Also ergonomisch ist zu hoch Sagen die So 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 Okay Also zu hoch Zu hoch und zu niedrig Ich überlege gerade Soll ich Also Das sieht mir aus Ah ne hier 20% 33% Und 47% Ästhetik Hä Wollen wir mal ein bisschen ästhetik zu hoch So Okay wir machen jetzt einfach Produkt starten So Let's go Ich hoffe das ist jetzt auch noch im Trend Ja Okay so Mikrofon wird produziert Können wir nämlich hier auch schon mal Gleich das hier drauf packen Ich hoffe mal dass es dann geiler wird Der neue Äh hier So Boah schon Gibt's hier irgendwas Neues Eine Kreissäge Können wir jetzt machen Komm bitte 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 Oh Hoch Hoch Zu hoch Und Technologie ist zu niedrig Aber jetzt gucken wir mal Wie ist das Mikrofon jetzt Das ist jetzt die Das ist definitiv geiler Jetzt schon Gut Dann kommt jetzt hier auch das neue Mikrofon Rein Hat Kommunikationsprobleme mit dem Team Was Verwirrung und wiederholten Arbeit in der Designaufgabe Für die Kommunikationsprobleme angehen Hä Man muss das doch angehen Junge Egal So Und du Kollege Du machst jetzt auch hier dieses Solo Crafts Man So Okay jetzt gibt's wieder irgendwie ein Problem beim Mikrofon So Okay Nächster Tag Wir haben ja fast 8000 sehe ich ja gerade Yo Okay Forschung So wir können jetzt hier erstmal was Neues forschen Ich würde sagen wir holen uns jetzt erstmal das günstigste Und das ist tatsächlich eine Kreissäge Jetzt ist das wieder falsch Äh Okay wir haben jetzt eine Kreissäge So als nächstes kommt dann Kopfhörer Okay So wir müssen jetzt mal kurz gucken wie teuer das wäre Ein Kreissäge zu machen 4860 Empfohlene Designer Man muss sogar zwei Designer haben oder was Aber ist ja nicht so schlimm Wir können ja schon mal hier Ein Designertisch Äh warte mal was ist das denn hier ein 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 das hier ne Ja Das ist jetzt für Für Designer und Forscher Genau okay Wie teuer ist das 3000 Wir müssen investieren Leute Wir müssen investieren So Okay Wir brauchen wieder einen neuen Mitarbeiter für Designer So Nehmen wir natürlich den günstigsten Und der günstige ist Tatsächlich eine Zoe Sie sind eingestellt Zoe So Und jetzt entwickeln wir auch noch mal kurz Hier eine Kreissäge würde ich sagen Oder sollen wir das nächsten Tag machen Ich glaube ich mache das nächsten Tag erst Beziehungsweise wir machen das jetzt noch nicht Sondern wir warten einfach noch einen Tag ab Und dann holen wir uns das Würde ich so machen Weil dann ist das geiler Wie viel hier schon da rumliegt alter Jo jetzt haben wir nämlich 8000 Ja egal Selbstständig arbeiten Egal Okay Weil dann haben wir nämlich nur noch am Ende wieder 4000 Wenn wir das jetzt machen Und das ist glaube ich nicht so geil Es könnte sein Dass wir jetzt schon wieder alles erreicht haben Kann das Also irgendwie Gewinnen die hier trotzdem noch So jetzt Jetzt ist alles voll Okay Ich würde sagen Wir arbeiten jetzt auch schon mal daran Das hier zu machen Kein laufender Vertrag Was? Grafiken für soziale Medien Erstellung einziger aller Logos Für Marken oder Produkte Zahlung 258 Dienstleistungsvertrag Logodesign Sind Sie hier dass Sie diesen Vertrag annehmen möchten Sie werden 200 bei Verhältnismen bis zum Fähigkeitsamtag 53 bezahlt Ah das heißt kriegen wir hier Geld oder was? Erstellung einziger aller Logos Ich nehme mal jetzt hier so einen Vertrag an So Artikel auf Lager 706 Dollar Machen Sie kurz Anfragen von So Er hat eine kreative Blockade Und kann kein So Ja hier kurz Pause Das Geile ist Beide sind halt jetzt Absolut im Hype Achso jetzt Okay die Pause Ja So wer ist jetzt krank? Die beiden sind krank Ingenieur und Designer Ist krank Und die arbeiten Das Problem ist Dass der auch wahrscheinlich Beides krank wird Sodass wir gar nicht mehr weiterarbeiten können Warte Bei Woma habe ich jetzt den Laufenden Vertrag Brauchen natürlich schon einen guten Hier Mach du die mal Zack Arbeitet jetzt dran Okay das ist gut Also kriegen wir dann 661 Dollar oder was? So jetzt müssen wir mal kurz hier bei den Mitarbeitern gucken Okay ja Jetzt ist der krank Die arbeiten Aber das ist gut Dann sind jetzt alle hier am arbeiten Das ist doch schon mal perfekt So Das ist jetzt kacke Weil das jetzt hier Zu spät kommt Wie sieht es hier aus? Tag 55 bis 9 Uhr Soll das hier fertig sein Keine Ahnung ob es fertig wird Aber so können wir das hier erst mal überbrücken Tatsächlich Dass wir dann Dann erst mal Diese Kreissäge noch nicht machen Sondern erst mal so Das ist doch ganz geil so Also wir haben jetzt eigentlich Gute Sachen Wir haben jetzt hier Verträge Die bei denen laufen Die eigentlich schon fertig sein müssten Hier Aber die Die Person war ja hier krank Deswegen ging es nicht Aber ich glaube das schafft er sogar bis 9 Uhr Also er setzt gleich 80% Und jetzt muss ich gucken Entweder mache ich jetzt das Minus Grace stößt auf einen großen Fehler In der Ah Junge Egal was man andrückt Immer ist irgendwas falsch Tatsächlich Aber egal So jetzt muss ich gucken Kriegen wir jetzt 651 Dollar Oder machen wir Minus Achso Nächster Tag erstmal So So jetzt mal gucken So 900 Okay wir haben 300 Okay wir haben es anscheinend Plus gemacht So Hä denn ist ja das ja übelst geil Hier mit den Mit den Zahlungen Hier Weiter damit Let's go Und du Ja du hast es gleich fertig Ich hoffe mal Dass es jetzt Bei dem Kollegen hier funktioniert So sind auch alle wieder am arbeiten Sehe ich gerade Muss ich ja mal kurz gucken In den Mitarbeitern So wer ist denn hier krank Also wer hat hier Du kannst mal in den Urlaub Die Seite Warte mal Du nicht Ingenieur Du kannst mal in den Urlaub So Ja die Designer müssen auch alle Beide in den Urlaub Ich lass den jetzt Das hier noch machen So wer ist das denn jetzt hier Der Der Grace Okay Und die Zoe Die arbeiten gerade halt Beide an so einem Ding Also ich kann die beide Jetzt gerade gar nicht Weg Dingsen Also ist Also was schon mal geil ist Dass wir auf jeden Fall Plus machen Ich hoffe die kommen jetzt morgen Okay die arbeiten Das ist gut Das ist gut So Weil dann Grace Konto hat seinen Vertrag Verspätet abgeschossen Sie haben 50% von 706 erhalten Okay Ja das ist halt ein bisschen verspätet So Jetzt kann Grace erstmal In den Urlaub gehen So Grace Wo bist du hier In den Urlaub schicken Ja So dann Der Samuel Der kommt dann Morgen in den Urlaub Zoe hat seinen Vertrag Verspätet abgeschossen Okay Jetzt habe ich wieder weniger erhalten Aber das macht nichts So Und ich würde sagen Danach Gucken wir mal Ups Kurz hier mal Bei den Fortschritt Oh wir sind fast Ein kleines Unternehmen Boah es fehlt nicht mehr viel Dann haben wir hier Ein kleines Unternehmen schon Okay Firmvorteile Aktuell haben wir ja nichts Risiko Kapital Ja Eigentlich müssen wir auch mal so Lebensversicherungen und sowas machen Weil ich glaube Das kann gut Sein Aber mal sehen So Nächster Tag Okay Wir haben jetzt 14.000 Dollar So mal gucken Wer jetzt alles da ist So Du kannst jetzt in Urlaub Und Du Zoe Auch So Hä Warum ist Grace denn jetzt nicht da Achso Die ist auch im Urlaub Jetzt verarbeitet nur der Ingenieur Achso Danke Egal Jetzt sind die halt alle im Urlaub Alter Okay Leute Ich würde sagen In der nächsten Folge Machen wir auf jeden Fall Die Kreissäge Und mal gucken Wie sich die Kreissäge Dann so macht Leute Wenn euch dieses Video gefallen hat Lasst gerne ein Like Ein Abo Und Kommentar Schaut also Nehmen auf meinem Discord Da ist unten Auf der Videobeschreibung Verlinkt Aktiviert natürlich die Glocke Damit ihr keinem Leben mehr fasst Habt wieder nach dem Tag Haut rein Ciao Ciao